Diese Woche ein wenig verspätet, aber hier ist er, unser Vlog. Ja, fangen wir auch gleich damit an, dass Andrea Books My Passion, die liebe Andrea, die hier mal auch mit Annel an dem Tresen saß, jetzt auch ihren Weg zu YouTube gefunden hat. Ja, und wir verlinken euch ihren Kanal natürlich unten in der Infobox. Sie freut sich bestimmt, wenn der eine oder andere da mal vorbeischaut. Und wir, es ist ja kein Geheimnis, und wir freuen uns schon unheimlich darauf. Wir haben nämlich das große Glück, dass Andrea Ende November wieder zu uns kommt. Und dann möchte sie auch einen Vlog wieder mit uns abdrehen. Und wir haben schon Riesenpläne, es wird ein Bollywood-Wochenende werden. Das heißt, ja, eigentlich eine riesengroße Pyjama-Party, so wie sich das für Mädels geziemt. Mit ganz viel Essen, mit Bollywood-Filmen und mit ganz viel Quarkerei. Aber wir werden uns natürlich mal ganz kurz ein bisschen in Schale werfen, um für euch einen Vlog dann abzudrehen. Also, wenn ihr Andrea noch nicht kennt, wenn ihr mal Bock habt, sie kennenzulernen, wir verlinken euch den Klon. Wir verlinken euch ihren Kanal unten in der Infobox. Genau, und ihr, ich glaube, sie hat jetzt vier Videos hochgeladen. Ich bin mir dann jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie hat letzte Woche ihr Viertes abgedreht. Ja, sie ist noch ein bisschen zaghaft. Ich glaube, sie braucht jetzt einfach mal noch ein bisschen Unterstützung, dass sie sich ein bisschen mehr traut. 160 Abonnenten oder so hat sie jetzt schon. So, wir wurden das erste Mal entdeckt. Ja, auf offener Straße, nein, eigentlich war es in einem DM-Laden. Wir waren gerade auf der Suche nach Zutaten für mein Müsli und noch anderen weiteren Zutaten, die wir so noch nicht gegessen haben, wie zum Beispiel gepufftes Amaranth. Ja, und Quinoa. 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 Jedenfalls Körner-mäßiges Zeug. Ja, das haben wir alles im DM gefunden und wir wurden dabei erkannt. Allerdings fehlte da wo jemanden den Mut, einfach mal zu sagen, hey, euch kenne ich doch. War ein bisschen schade. Sie hat uns dann auch noch versucht, ihren Buchladen zu erwischen, aber wir hatten die kostengünstigere Variante gewählt und waren in der Stadtbücherei verschwunden. Ja, man kann uns auch in Stadtbüchereien treffen. Ja. Und ja, war halt jetzt mal wirklich, wir hatten noch gesagt, oh ja, ja, nicht, dass wir mal jemanden über den Weg laufen. Und genau an dem Tag, wo wir das ausgesprochen haben, ist es dann auch wirklich passiert. Ja, man sollte... Also, falls ihr uns mal irgendwo sehen solltet, sprecht uns ruhig an. Wir beißen nicht, wir versprechen das. Wir werden ganz nett sein. Und ja, ich hoffe doch, wir sind ganz nett. Wir geben uns jedenfalls Mühe. So, dann habe ich einen ganz, ganz tollen London-Artikel in der... Äh, Artikel... 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 Was habe ich denn heute? Artikel entdeckt? Ja, einen Artikel entdeckt über London, aber das literarische London. Darauf gestoßen bin ich wegen diesem Buch, weil von Danny Wallace auf den ersten Blick, denn das hatte ich gelesen, und dort bin ich über einen Friedhof gestolpert. Und diesen Friedhof habe ich mir im Internet angesehen. Das ist Highgate Cemetery. Cemetery? Cemetery. Cemetery. So, Highgate Cemetery. Und, ähm, dort spielte auch Dracula. Da hat Lucy ihre, ähm... Bisswunden bekommen? Nein. Nicht? Äh, die Kinder, äh... ihn verschärbt und dann ausgesorgt. Jedenfalls, äh, hatte ich dann... War ja Recherche, 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 weil ich wollte mehr über diesen Friedhof erfahren, hatte ich dann entdeckt einen wunderbaren Artikel. Da geht es dann auch über den, äh, Paddington Bear und die Orte, die der Paddington Bear aufsucht. Und noch ein paar andere, wie die Brick Lane und so weiter. Ähm, 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 ähm... Und besonders dieser Friedhof, wer von euch war vielleicht schon da? Mich würde das interessieren, ob der wirklich ein Besuch wert ist, weil die Fotos im Internet sind. Einfach der Wahnsinn. Das muss ein Besuch wert sein. Und wir werden uns auf alle Fälle, wenn wir mal nach London kommen, äh, mit Fotooperat und einem Bewaffneten und dann kriegt man uns da wahrscheinlich so schnell nicht wieder weg. Denn ich finde, so ganz, ganz alte Friedhöfe, die haben noch... Ja, die haben irgendwie Charme. So die Neuen, das ist ja wie irgendwie so eine Plattenbausiedlung oder, ähm... Ja, das sieht jedenfalls überhaupt nicht schön aus. Kein bisschen kreativ, alles gleich und, ja, ziemlich langweilig. Aber die alten Friedhöfe noch mit diesen großen Engeln und... Ach, das sieht schon klasse aus. Also guckt euch diesen Artikel mal an. Wir verlinken euch den auf jeden Fall unten. Ähm, und, ja, kommen wir zum nächsten Thema, das wir uns bei LaFirm wieder angemeldet haben. Und zwar hatten wir jetzt in letzter Zeit nur gelesen, 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 gelesen. Was man auch in unserer letzten Monatsübersicht sehen kann, die ja von mir noch fehlt, aussteht und jetzt bald hochgeladen wird. Ähm... Ja, aber es wird wieder mal Zeit. Wir haben gemerkt, äh, wir hatten jetzt Miss Undercover geguckt. Das erzählen wir euch aber gleich noch. Äh, und das hat uns wieder so viel Spaß gemacht. Und da haben wir einfach gesagt, ah, irgendwas fehlt und so. Mal ab und zu, weil wir ja überhaupt gar keinen Fernsehen gucken, den haben wir so auch nicht angeschlossen. Aber DVDs gucken wir halt ganz gerne. Und es kommen so gute Filme jetzt raus. Ja, und dann hatte ich gesehen, dass jetzt im November kommt die Bio... Dieses Bio-Pick, was Madonna abgedreht hat, über Wally Simpson. Über die Frau, die damals sich in den britischen Thronfolger verliebt hat. Kronprinzen. Kronprinzen verliebt hat. Und, äh, wegen der er halt, ähm, die Krone aufgegeben hat. Diesen Film will ich unbedingt sehen. Der Trailer spricht mich so sehr an. Und, äh, ja, dann habe ich einfach noch ein bisschen weiter gesurft mal und gesehen, was für schöne Schätze rauskommen. Dark Shadows, Nathalie Küst, äh, wie heißt der andere mit Audrey Tutu, den wir jetzt gucken wollten? Ja, gezaubernde Lügen. Ja, genau. Und wir haben natürlich, und das ist ja das Schöne bei Love Film, äh, man bekommt ganz viele Serien. Und wir möchten ja die Forsyth-Saga sehen und auch das Haus am Eden Place. Denn das Haus am Eden Place, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das war damals, ich glaube, das kam immer Samstagabends. Und dann hieß es für die kleinere, äh, Version von mir, immer, oder jüngere Version, äh, du kannst das mal gucken. Und da gab es entweder das Haus am Eden Place oder Daktari oder so. Und danach ging es, äh, in die Wanne und dann ins Bett. Und, ja, und ich mochte diese Serie unglaublich gerne. Und ich freue mich einfach und möchte sie Sina auch mal zeigen. Mal gucken, vielleicht finde ich sie heute auch blöd, ich weiß es nicht. Darauf sind wir aber auch wieder gestolpert durch Casting Gear, durch die, ähm, Edelsteinsaga, wegen dem alten Londoner. Ja, weil, da, es spielt ja auch mal ganz kurzfristig am Eden Place. Und dann haben wir geguckt. Ja, nein, Eden Place. Ja. Wir sind am Eden Place, ja. Und dann haben wir nochmal geguckt und, ja, das gibt es auf Serie. Und, ja, das werden wir uns jetzt nochmal wieder anschauen. Das heißt, für dich ist es ja keine Ehre. Ja, und so viele andere Filme, die wir einfach sehen wollen, ähm, ja. Wir hatten jetzt eine längere Pause gemacht, weil irgendwann ist man zu, man hat alles gesehen, was man erstmal sehen möchte. Aber jetzt wird es ja wieder ein bisschen die Tage kürzer und, ja. Und wir werden dann auch in die vierte Staffel von Big Bang reinsehen, obwohl ich ja nicht mehr so begeistert bin. Die dritte finde ich noch super gut, aber ich mag die Freundin von Howard nicht, diese Blondine. Und ich mag auch diese Frau nicht, die in der letzten Folge der dritten Staffel auftaucht. Die fand ich so sofort so kreuzunsympathisch, wie dieses weibliche Shelley-Ding da. Ja, und die fand ich so unsympathisch und so fürchterlich, ich brauche die nicht in der Serie, ja, wirklich nicht. Und ich habe auch irgendwie keinen Bock, mich mit der anzufreunden. Als ich gesehen habe, dass sie ja zum Standardcast gehört, war ich weniger begeistert, als man sein kann. Genau, und so gucken wir jetzt erstmal in die Serie rein. Wenn sie uns gefällt, werden wir sie uns holen. Wenn ich meine Meinung ändere, werdet ihr es erfahren, aber bis jetzt bin ich total eher kontra vierte Staffel. Trotzdem werden wir reingucken, weil ich liebe einfach die Nerds und ich liebe vor allen Dingen Ratsch, ne? Ja, und wir haben gesehen, Om Shanti Om ist jetzt auf Blu-ray raus. Und sollte das natürlich qualitativ ein absoluter Unterschied sein, müssen wir den natürlich im Schrank haben. Aber solange wir uns den erstmal ausgucken, ist da jetzt wirklich so ein riesen Unterschied oder nicht, ja. Und dann, falls dem so sein sollte, schnappisch, denn es ist, ich brauche den Film dann einfach, ganz klar. So, fahrt ihr auch so ab auf Deko-Ideen wie wir. Wir sind ja nicht unbedingt diejenigen, die basteln können. Wir sind nicht unbedingt die Kreativen, aber wir gucken gerne schöne Bilder. Und wir sind totale Fans von Themenpartys. Die sind hier in Deutschland noch nicht so publik, nicht so, ja, ich wurde noch nie zu einer Themenparty eingeladen. Aber in den USA scheint es mittlerweile... Also wir sind auch nicht diejenigen, die Themenpartys geben, so ist das ja nicht. Nee, aber in den USA scheint das jetzt ja gang und gäbe zu werden, vor allen Dingen auch für Kinder. Und da gibt es so tolle Ideen. Diese Halloweenpartys oder die Weihnachtspartys oder da gibt es dann auch Peter Pan Partys. Und da gibt es so, so schöne kleine Ideen wie Feenstaubgläschen. Und ach, ich bin einfach immer wie berauscht von diesen Bildern. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich bin sowas von begeistert, diese kleinen Einfälle wie, ja, so ein kleines Hexenbrühe und dann so kleine Besen da rein zu machen. Ich bastel die nicht, aber sie sehen cool aus und es ist eine geile Idee. Irgendwie spreche ich mir dann auch die Bilder auf die Platte ab, weil ich das irgendwann mal machen will. In welchem Leben bitte? Hallo? Ich habe zwei linke Hände, das kann ich nicht. Aber ich liebe diese Bilder. Und unseren Lieblingsblog, davon verlinken wir euch mal die Facebook-Seite unten. Da könnt ihr euch mal durchklicken durch die Bilder. Oder wir verlinken euch die Internetseite eins von beiden. Und guckt euch einfach mal diese Bastelideen an, beziehungsweise diese Partyideen. Ich finde es einfach nur genial, was die Frauen sich da einfallen lassen. Und Halloween und Weihnachten stehen ja schon wieder kurz vor der Tür. Und Halloween ist ja auch immer mein, ja, neben Weihnachten mein Lieblingsthema, so fürs, ja, dekomäßig. Ja, so, dann kommen wir zu den Fragen der Woche. Wie schaffen wir es, uns für das nächste Buch vom Sub zu entscheiden? Das ist eigentlich ganz einfach. Entweder, ja, es ist ganz anders. Entweder oder, ne? Entweder oder. Also, es geht nach Gefühl. Wenn ich jetzt Lust habe auf einen Krimi, warum soll ich mir den verkneifen? Ich habe natürlich reichliches Ausfall an Krimis. Oder ich habe Lust auf eine richtige schöne Offen-Chiclet oder egal auf was. Wir haben eigentlich alle Themen bei uns im Schrank in vielfacher Ausfertigung. Und ja, und dann guckt man einfach... Außer Sci-Fi? Ja. Dann haben wir vielleicht zwei Bücher. Ja, Horror, das haben wir eben nicht. Aber, oder Thriller, richtige Granatenharter haben wir auch nicht. Aber, ja, gut, da guckt man einfach, worauf habe ich jetzt Lust? Und dann holt man sich das halt aus dem Schrank. Wir hatten es aber auch mal so gemacht, dass wir uns alle Bücher aufgeschrieben haben. Aber wir haben mittlerweile einen Sub von 200 irgendwas. Und dann haben wir immer rausgefischt, welches Buch jetzt das richtige für uns wäre. Heutzutage ist es mehr so, dass ich sage, ich habe entweder das oder das will ich lesen. Weil ich mich dann wirklich partout nicht entscheiden kann, gehe ich entweder gerade online und gebe online Würfel ein. Da gibt es so ein wunderschönes kleines Programm, wo du nur noch klickst und dann würfelt dir dann das Ding irgendwas auf. Dann sage ich immer, 1, 2, 3, wenn das kommt, ist es dieses Buch. Oder 4, 5, 6, wenn es das kommt, ist es das Buch. Oder auch durch 3 geteilt oder jedes Buch. Hat eine eigene Zahl. Naja, egal. Je nachdem, zwischen wie viel ich mich nicht entscheiden kann. Ansonsten habe ich aber auch mal ganz praktischen Handwürfel dabei. Weil ich würfel eigentlich, wenn ich mich nicht entscheiden kann, alles im Leben aus. Ja, bei mir ist es ganz einfach nur wichtig, dass ich jetzt nicht ein Krimi nach dem nächsten lese. Oder ein Jugendbuch nach dem nächsten. Ich brauche es eben abwechselnd. Und ich könnte das zum Beispiel nicht, dass ich jetzt nur Thriller lese. Weil ich glaube, irgendwann wird man dann auch betriebsblind. Und was den Einzelnen vielleicht auch nicht mehr ganz so zu schätzen. Also ich mag es jedenfalls gerne bunt gemischt. Das ist bei mir immer ganz wichtig. Also wir haben die ja auch nach Genre eben sortiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Joghubuch gelesen habe, gucke ich erstmal, was ist vielleicht bei zeitgenössischer Literatur oder gibt es einen richtig schönen Chiclet oder ein Kinderbuch oder ein Krimi oder sonst irgendwas oder ein Fantasy. Und daraus suche ich mir dann irgendwas aus, worauf ich gerade Lust habe. Und ich lese halt gerne themenbezogen. Also im Moment reizen mich zum Beispiel die Themen Indien und London total. Und dann suche ich mir halt aus allen möglichen Genres die Bücher raus, die diese Themen halt besprechen oder ansprechen. Ja, und so suchen wir uns dann halt unsere Bücher zusammen. Wir haben immer einen kleineren Sub. Das ist der aktuelle, der vielleicht diesen Monat dann gelesen werden sollte. Der wird aber im Monat sicherlich nochmal zweimal umgeworfen. Also kann man auch nicht wirklich sagen, dass wir uns fest daran halten. So, nächste Frage. Sehen wir Serien und Filme lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Du lieber auf Deutsch? Ja, ich gucke sie lieber auf Deutsch. Ganz einfach, weil ich meistens, wenn ich dazu komme, eine DVD zu gucken, bin ich eigentlich schon ziemlich müde und schlappi. Und dann will ich eigentlich auch nur noch eins konsumieren. Dann will ich meinen Kopf nicht unbedingt noch riesig groß anstrengen. Aber wir machen es durchaus auch so, dass wir Serien, die wir schon mal irgendwann gesehen haben, dass wir die dann halt auf Englisch gucken. Ich kriege dann freundlicherweise deutsche Untertitel dazu, falls ich mal wieder nicht hinterher komme. Das ist unser Kompromiss. Weil ich würde ja nur noch Serien und Filme auf Englisch gucken. Obwohl wir gestern bei Miss Undercover festgestellt haben, dass uns die Stimme von Michael Caine im Deutschen viel besser gefällt als die Englische. Weil wir switchen immer zwischendurch mal hin und her, um zu hören, wie hört sich denn das im Original an. Aber es ist natürlich, und da gebe ich Sina recht, wenn man das in der Originalsprache hört, es geht doch schon einiges verloren, wenn es eben synchronisiert wird. Ja, die schauspielerischen Fähigkeiten, die ganzen Betonungen. Es wird sehr häufig sehr, sehr gut synchronisiert, keine Frage. Buffy ist sehr gut synchronisiert. Also das ist so die einzige Serie oder der einzige... Also ich bin kein Fan von Synchronisation, aber bei Buffy ist es mir eigentlich völlig egal, ob es jetzt in dem Ton oder in dem. Da sage ich wirklich, die haben aber auch die Originalstimmen ziemlich gut getroffen. Was ich allerdings nicht oder beziehungsweise wie ich da drauf gekommen bin, nur noch Originalsprache am liebsten gucken zu wollen, war eine Szene aus Desperate Housewives, die mich überzeugt hatte, die Serie zu sehen. Ich will jetzt niemanden spoilern, deswegen sage ich einfach nur, Gabby, nehmen Sie etwas weg. Und ich habe das gesehen und mir kamen die Tränen, obwohl ich die Serie gar nicht kenne oder kannte zu dem Zeitpunkt. Und es hat mich total berührt. Dann haben wir die Serie auf Deutsch gesehen und es kam irgendwann zu dieser Szene und da waren keine Emotionen. Da habe ich überhaupt nichts gefühlt und dann dachte ich, okay, woran liegt das jetzt? Bist du irgendwie abgebrüllt? Bist du irgendwie emotional abgeschaltet? Ich habe mir die Folge nochmal auf Englisch angesehen. Man hörte richtig, wie sich ihre Stimme überschlägt und das hat mich dann wiederum gepackt. Also daher bin ich eigentlich Fan vom Originalton, aber wenn ich mit Marc zusammen sehe, dann entweder wir kennen das schon oder wir gucken es dann, also dann gucken wir es auf Englisch. Ansonsten neuen Stoff ziehen wir uns erstmal auf Deutsch an. Das ist unser Kompromiss. Was natürlich auch sehr lustig sein kann, das ist, wenn man sich mal den Anfang anschaut von Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, wie sie bei ihrer Mutter ankommt. Ja. Ja, das ist also doch schon, macht es einfach mal, wenn ihr den Film zu Hause habt. Es gibt da einen riesengroßen Unterschied zwischen der Übersetzung und dem Original. Aber mehr verraten wir euch da auch nicht. Es ist jedenfalls schon erstaunlich, wie gut da übersetzt wurde. So, dann kommen wir dazu, wie man so schnell lesen kann. Ich weiß, das wurde schon öfter angesprochen, aber jetzt gibt es ein paar neue Aspekte auch mal. Ja, also das ist wirklich nur Übung. Seitdem ich Lesen gelernt habe, bin ich am Lesen. Ich war ja auch immer das Kind, das im Sommer ja immer sehr blass war, weil ich nicht nach draußen wollte. Ich war viel lieber zu Hause und habe gelesen. Meine Eltern mussten sich da, glaube ich, keine großen Gedanken machen, wo ich stecke, entweder in meinem Zimmer oder in der Bücherei. Und ja, ich habe, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach so, wenn man viel liest, steigert sich automatisch die Geschwindigkeit. Für mich ist es auch kein Thema. Sina sagt immer, ich verstehe nicht, wie du das machen kannst. Wenn ich irgendwie fünf Minuten oder zwei Minuten irgendwo sitze, kann ich mir das Buch nehmen, lese drei, vier Seiten, lege es dann wieder weg. Aber ich bin dann sofort wieder in der Geschichte drin. Sina hat jetzt aber auch die Erfahrung gemacht. Erzähl es selber, Kind. Ja, dass ich jetzt ja ein paar leseintensive Monate oder beziehungsweise ich lese jetzt seit zwei Jahren sehr intensiv. Und zwischendurch halt immer mal ein bisschen weniger, weil ich war nie der Leser. In meiner Jugend war ich immer total eifersüchtig auf die Bücher, denn man hat immer gesagt, Sina, gleich, gleich, ich lese gerade noch ein Kapitel zu Ende oder ich muss noch gerade in den Abschnitt oder hat mich gerade angefacht, weil ich in eine spannende Szene reingeplatzt bin. Also war ich konsequent immer wütend auf Bücher. Ich habe sie zwar gesammelt, bin unheimlich gerne... Du musstest die auch, hast dir nichts anderes geschenkt. Bin unheimlich gerne in den Buchläden gegangen, aber da war immer so eine Eifersucht da. Ich mochte es nicht und ich habe keinen Zugang lange Zeit zu Büchern gefunden. Hatte dann mit Hörbüchern angefangen. Die Hörbücher haben mir den Zugang zu Geschichten in Buchform gebracht, weil ich wollte auch eigentlich Regie studieren und ich war total auf dem Trip, ich will irgendwie was mit Fernsehen, mit Filmen machen und nicht mit Büchern. Habe dann aber angefangen auch selber zu schreiben mit 14, weil ich einfach die ganzen Ideen, die ich im Kopf hatte, irgendwo mussten sie hin. Und ich hatte keine Freundin oder so, die halt als Schauspielerin zur Verfügung stehen wollten, sollten. Oder mit denen gab es immer mal wieder Krach, deswegen. Und deswegen hatte ich dann halt gesagt, so, okay, Buchform, ich schreibe. Und dann habe ich halt die Hörbücher für mich entdeckt, so. Und dann kam ich ans Lesen, weil die Hörbücher zu den Büchern, die ich lesen wollte, nicht da waren. So, und jetzt lese ich sehr intensiv und ich merke erstens mal, die Schnelligkeit kommt rein. Und zweitens merke ich, wie sehr Bücher einen in den Band ziehen können. Mittlerweile, wenn ich mich, oder ich habe es gerade erst vor zwei Wochen bemerkt, dass, wenn ich jetzt ein Buch aufschlage, ist das, als wenn da so eine Glocke um mich herum ist. Ich bin abgeschirmt von dieser Welt, völlig solitär, völlig alleinstehend. Und ich gleite in den Text rein und ich bin da. Ich höre, die Leute haben mittlerweile auch ganz andere Stimmen. Also, die sprechen jetzt anders. Es ist jetzt nicht mehr meine monotone Sprechstimme, die da mir den Text innerlich vorliest. Nein, auf einmal fängt der Text an zu leben. Und ich glaube, da braucht man einige Zeit, um da reinzukommen, so ein Gefühl zu bekommen. Also, ich weiß nicht, jetzt ist es wirklich so, als wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen geht und ich in einer ganz anderen Welt bin. Also, jetzt kann ich es auch verstehen, diese Bilder von den Leuten, die da mit dem Buch sitzen um sie herum, ist eine ganz andere Welt. Und ja, mittlerweile verstehe ich es. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit. Man hat dann einfach als intensiver Leser halt dieses Kopfkino. Man weiß, wie die Leute aussehen, sie haben ihre eigenen Stimmen. Und wenn man sie dann im Film sieht, ist das meistens eine Enttäuschung. Ich glaube, das ist auch die große Schwierigkeit, warum man damit nicht klarkommt, weil es einfach nicht die eigene Fantasie dann widerspiegelt. Es gibt aber zu diesem Thema, schnell lesen, gibt es an Volkshochschulen, gibt es eben Kurse oder es gibt auch, ich denke, Bücher, Literatur, Seminare dazu. Ich habe die nie besucht. Ich fand das eigentlich auch immer relativ unsinnig. Ich hatte eine Freundin, die hat also zwei, drei Bücher, die hatte die da liegen und bam, 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 bam. Und da habe ich mich auch immer gefragt, ja mein Gott, irgendwo muss der Kopf ja noch hinterher. Und für mich ist Lesen wirklich nach wie vor Genuss. Also ich lese die Bücher ja nicht, ich bin ja nicht auf der Flucht. Also dass einer sagt, und wenn du es nicht schaffst, heute Abend bis Seite so und so zu kommen, dann habe ich auch keine Lust mehr zu lesen. Also für mich ist und bleibt Lesen wirklich Genuss und Kopfkino. Ja, und ich lerne es mittlerweile wirklich zu schätzen. So, dann kommen wir dazu, was wir halten von gebrauchten Büchern. Wir halten davon sehr viel. Ihr wisst, was für ein, oder wenn ihr jetzt nicht gerade ganz neu seid, wisst ihr ungefähr, denke ich, was für ein Lesevolumen wir haben. Mara kommt teilweise, letzten Monat waren 22 Bücher, auf die sie gekommen ist. Ich bin da bei 16 gekommen, auf 16. Und wenn man dieses ganze Lesevolumen sieht, woher das Geld nehmen wir nicht stehlen? Also das ist ungemein, wenn man sich das überlegt. Daher kaufen wir auch sehr viel gebraucht ein. Wie zum Beispiel hier diese Angelina Jlibio habe ich für 3,20 Euro bei Rebuy gekauft. Mrs. Sengupta habe ich zum Beispiel getauscht mit Anna, Buchprinzessin Joguha. Sie hatte es doppelt. Ich hatte ein anderes Buch, was wir haben halt telefoniert. Und da kam das halt, dass ich gesagt habe, ach man, mich interessieren momentan Hexen. Und ich habe dann noch so ein süßes Buch gesehen und sagte, man, ich habe das doppelt. Und dann habe ich halt gefragt, sag mal, interessiert dich vielleicht dieses oder jenes so? Und dann haben wir uns eben ausgetauscht. Und ich denke, Bücher wollen auch gelesen werden. Und wenn wir die günstig schnappen können, ja mein Gott, dann tun wir das. Wir sind ja nicht die Pingel, die sagen, oh, hier ist aber eine kleine Ecke. Oder hier hat das Buch sich ein bisschen gestoßen oder hat einen kleinen Kratzer für uns in Bücher. Tore in andere Welten. Ist halt ein Erlebnis. Genau, es sind Tore in andere Welten. Und es sind für uns nicht in erster Linie Deko-Gegenstände. Deswegen, wenn ihr hier unsere Bücherregale seht, da sind die zerfetztesten Teile drin. Und trotzdem, ja, leben wir mit ihm. Haben wir hier jetzt, guckt euch das zum Beispiel an, die Säulen der Erde von Ken Follett. Es hat hier schon, es ist völlig rund gelesen. Es hat schon braune Schnittflächen. Und hier hinten ist es sogar gewelken, leichter Wasserschaden ist auch dran. Dennoch, dieses Buch zeigt jetzt mittlerweile eine Geschichte. Und hier vorne steht auch drin, man hat es 1996 gekauft oder am Anfang gelesen. Ich habe ein Bündchen daneben gemalt, wie süß. Ja, und du hast einen Tierzahmatsch gleich auf der ersten Seite. Das ist weniger süß. Ja, es ist, also man findet auch Leichen in unseren Büchern. Ja, jedenfalls ist dieses Buch, hier vorne ist es völlig abgestoßen. Aber es wurde gelesen, es ist trotzdem noch eine, und hier liegen Fotos drin, von irgendwelchen Katzen, die ich nicht kenne. Ich kenne die auch nicht. Das ist der Gestreifte. Das ist der Gestreifte? Der Kater meiner Tante, den ich kennengelernt habe. Der dicke, fette Kater meiner Schwester Monika, der Gestreifte genannt. Ach, der Gestreifte. Das war der, der sieht böse aus, ne? Das sieht richtig böse aus. Wenn ich geklingelt habe, ist der mir schon auf der Treppe entgegen und dann haben wir immer erst Nasi-Nasi gemacht. Aber der Gestreifte war doch auch ein Biest, ne? Ja, nur meine Schwester und ich durften anfassen. Ja. Sonst keiner. Also ein ganz nettes Tier. Ja. Ihr seht, man findet bei uns in den Büchern auch noch reichlich andere Sachen wie Fotos, wovon ich jetzt überhaupt nicht wusste, was das für ein Tier ist. Ob es also zu der Gattung Katze gehört. Ja, also wir halten sehr, sehr viel von gebrauchten Büchern, weil unser Lesevolumen können wir damit einfach nicht, wir könnten es uns nicht leisten, diese ganzen Bücher immer alle zu kaufen. Das geht nicht. Dafür lesen wir zu viel. Ja. 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 So. Dann kommen wir auch zu der Kategorie, was wir gerade lesen. Ich lese jetzt wieder, ich hatte sie kurzerhand außer Hand gelegt oder kurze Zeit für andere Bücher. Ich lese wieder die Bio von Angelina Jolie. Bin jetzt auf Seite 206 und es gefällt mir nicht gut. Nicht, weil ich nicht Angelina Jolie mag. Ich mag sie mittlerweile sehr, sehr gerne. Früher mochte ich sie nicht. Ähm, aber ich finde den Biografen völlig daneben, weil er einfach irgendwelche Psychologen befragt, die nie Angelina Jolie kennengelernt haben. Er stellt da seine eigenen Thesen auf. Er hat keinen neutralen Blickwinkel. Ähm, was ich ja auch nicht wirklich schlecht finde meistens, weil wirklich nur Sachinformationen sind langweilig. Aber da kommen auch Freundinnen zu Wort ohne Namen, die ich nicht als Freundin betiteln würde, nachdem, was sie alles da ausplaudern. So, äh, seine Bio über Madonna war 30.000 Mal besser als das hier. Das ist wirklich, äh, schwach. Als Bio schlichtweg schwach. Und ich finde es unmöglich, dass dieser Mann halt, ähm, da einfach seine, diese Psychologen befragt. Also zu allem möglichen. Woher es kommt, dass Angelina Jolie das mag oder dies mag oder jenes. Da haben Psychologen meiner Meinung nach nichts zu suchen. So, und ihr seht es wahrscheinlich hier schon. Ich war ja noch am überlegen, die Borg, den Schuber oder die Einzelbände, die Edelstein Trilogie musste jetzt her. Wir haben, äh, Rubin Roth zusammen durchgelesen und wir mussten einfach weiterlesen. So, und jetzt, äh, ich hatte ja gesagt, es ist Weihnachten, aber Weihnachten kommt ja manchmal schneller, als man denkt. Ähm, ja, da steht es also. Unfall kommt auf. Genau, da steht sie jetzt. Also unser Schuber, wir sind natürlich stolz wie Wolle. Es ist ja auch der absolute Wahnsinn. Lieb. Er ist wirklich bildbildschön. Und wir sind total verliebt in diese Geschichte. Gerade eben hatte mir jemand bei Goodreads noch gefragt, ob, ähm, Rubin Roth lesenswert ist. Meiner Meinung nach. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich liebe diese Geschichte. Ich bin völlig dabei. Und, ähm, ihr habt Glück. Am liebsten hätte ich heute nämlich zu Ma gesagt, weißt du was, lass uns jetzt, ähm, diesen Sonntag dazu nutzen. Habs Haare. Lass uns diesen Sonntag jetzt dazu nutzen, dass wir uns das richtig schön gemütlich machen und einfach die Edelstein Trilogie lesen. Und wir haben einen neuen Freund da gefunden. Wir waren ja vorher schon ganz angetan von Tante Maddy mit ihren Zitronendrops. Leslie. Von Leslie eine super Freundin. Also, wenn man so eine Freundin hat, kann einem, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Und Gideon bringt einen ja auch immer zu schmunzeln und zu lachen. Ja, es sind tolle Charaktere und, aber das alles wird jetzt in den Schatten gestellt von Xemereus. Und ich glaube, wenn irgendjemand diesen kleinen Gargoyle, dieses kleine Wesen, wenn es das als Stofftier geben würde, ich glaube, jeder müsste ihn haben, der diese Bücher gelesen hat. Ganz, ganz großartig. Wir haben riesig unseren Spaß. Es ist spannend und total komisch dabei. Aber dazu kriegt ihr dann auf alle Fälle noch eine Rezi. Und bei Facebook halten wir euch ja auch noch den Laufenden. Der Trailer ist jetzt auch im Netz. Ja, denn der erste Teil wird jetzt ja verfilmt oder beziehungsweise kommt im Januar in die Kinos. Ich habe einen Fröschli im Hals. Und, ja, aber der Trailer, den verlinken wir euch unten in der Infobox. Wer es noch nicht kennt, der sollte auf alle Fälle mal einen Blick riskieren. Eine ganz tolle Reihe. Ja, ist wirklich super. So, dann hören wir zusammen dieses Hörbuch. Töchter des Mondes, Kate. Ich fand es jetzt auch bis zu CD3 richtig, richtig gut. Gut, jetzt finde ich die Liebesbeziehung, die sich da anbahnt, nicht so toll. Sagen wir mal unpassend. Unpassend. Sagen wir unpassend. Ich finde es einfach emotional unpassend. Aber das ist, ähm, das stört mich auch immer an diesen Büchern. Das Buch hat echt so viel Potenzial. Und ich glaube, es verschießt es im Moment. Dadurch, dass da irgendwo so eine Liebesgeschichte reingezwängt wird. Genauso wie bei Timeless, wo ich auch gesagt habe, die Liebesbeziehung, hätte sie die rausgelassen, wäre das Buch umklassenbesser. So, und auch da sage ich jetzt einfach, da wird auf Knall und Fall werden da jetzt noch Verwicklungen reingebaut. Die die Story gar nicht nötig hätte. Ja, sie hätten sie einfach nicht nötig. Sie hätte das jetzt nicht so aufbauen müssen. Hätte sie es anders aufgebaut, wäre dieses Buch trotzdem, oder gerade deswegen für mich persönlich, noch wesentlich wertvoller. Ja, weil ich finde, das ist jetzt wirklich nur Knöpfe drücken und nur jetzt da irgendwas reinzwängen, weil vielleicht der Verlag es will. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur einfach total schade. Ansonsten ist das Buch sehr, sehr gut. Es geht um Junghexen. Es spielt, ich denke, im viktorianischen Zeitalter, haut mich nicht tot. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich hier immer unsere Diskussion, was das spielt. Ja, genau. Hinten hätte ich es nicht gedacht, dass es überhaupt in der Vergangenheit spielt. Aber egal, wie dem auch sei. Na gut, es ist heutzutage keine Hexenverbrennung mehr gibt. Es gefällt mir jedenfalls sehr gut, soweit. Nur die Liebesbeziehung statt. Also das Hörbuch ist sehr, sehr gut gesprochen. Ja, Nana Speer kennt ihr von der Synchronstimme von Drew Barrymore oder Sarah Michelle Gedder. Genau. Also Buffy, Buffy Stimme. Ja. Ja, und ich lese alleine dieses hübsche, dicke Buch. Äh, Flora singt gut, singt siegundas. Mann, was haben wir denn heute? Die Knoten in der Zunge. Magische Missgeschicke. Das Buch hat mich ja schon länger total angelächelt. Und es ist völlig durchgeknallt. Es handelt von einem Haus, Crackpot Haus. Es hat 11.000 Zimmer. Bewohnt wird es eigentlich nur von Flora und von ihrem Onkel Poppy. Äh, ihre Mutter ist eine Generalin, die eigentlich nur sehr selten zu Besuch kommt. Und ihre Schwester ist auch in der Kaserne. Ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, was soll das? Äh, wolltest jetzt eigentlich nichts lesen hier mit, mit Armee und General und das alles und so. Aber, ähm, ja, mittlerweile, es, äh, entwickelt sich. Es ist total verrückt. Mir wäre das zu Fantasy-lastig. Also, Mann hat mir heute Morgen beim Frühstück versucht, mir davon irgendwas zu erzählen. Ich habe dann gesagt, weißt du was, halt den Bubble. Ich will davon nicht zören, weil das ist mir zu Fantasy-lastig. Das verwirrt meinen Kopf total. Ja, ich mag halt nicht übermäßige Fantasy in Büchern. Also, ich finde das also sehr spannend. Und diese ganzen Zimmer, die sich da jetzt auftun, dieser Fahrstuhl, der verschollene Butler, der da in der Bibliothek lebt. Und, ja, mir gefällt das gut. Bis jetzt, also, der Anfang, da muss ich erst reinkommen. Und die Räume, die sich ändern, das habe ich auch immer bei Harry Potter völlig ausgeblendet, dass die Treppen sich verschieben, dass die Räume sich verändern. Das wollte ich nie wissen bei Harry Potter. Das habe ich immer voll aufgeregt. Das Treppen verschieben habe ich ja nun auch nicht so gerne, weil ich ja, also, nee, das gefällt mir nicht so gut. Nein, also, das da, ja, Hogwarts ist für mich ein total stabiles Lager. Ein Lager, ja, eine Burg, ne? Nein, aber da verschiebt sich nichts. Also, das blende ich aus. Also, zu viel Fantasy blende ich einfach aus. Die will ich nicht hören, davon will ich nichts wissen. Das verwirrt mich nur. Kommen wir zu den Sachen, die wir gesehen haben. Wir haben einmal gesehen ein göttliches Park. Ein total süßer... Mal wieder. Ja, mal wieder. Ihr habt ihn sicher, wenn ihr öfter unsere Vlogs guckt, habt ihr ihn sicherlich schon mal bei uns erwähnt gesehen. Jetzt haben wir ihn mal wieder, weil es ein absoluter Wohlfühlfilm für uns ist, gesehen. Und ja, ich will dazu jetzt auch gar nichts weiter sagen. Ich will euch ja nicht dauernd mit Bollywood nerven. Aber dieser Film ist wirklich wieder richtig, richtig toll gewesen. Ja. Mal wieder. Und wir haben gesehen My Big Fat Greek Wedding. Und wir sind eigentlich wieder auf den Film gekommen, weil wir in der Stadt waren. Und dann war da ein griechisches Restaurant und ungefähr zehn Häuser weiter. Ich sage, Sina, lass uns doch mal raten, wo die Besitzer von dem griechischen Restaurant wohnen. Weil, ich weiß nicht, ob das ein Reihenhaus ist oder eine Doppelhaushälfte. Auf alle Fälle, vom Weiten erkennt man sofort den griechischen Einfluss. Und das ist genau so, wie in diesem Film beschrieben. Und da mussten wir fürchterlich schon drüber lachen. Und dann haben wir gesagt, du komm, abends gab es eigentlich nur eine... Ja, einmal hingucken, lass uns schauen. Da waren wir einer Meinung, das musste einfach sein. Und wir haben Tränen gelacht. Dieser Film ist einfach nur super, super komisch. Und die Details, dieses Sofa, was mit Plastik überspannt ist. Der Produzent war übrigens Tom Hanks. Weil seine Frau unbedingt wollte, dass dieser Film gedreht wird. Ich habe mir auch mal irgendwann den Audiokommentar dazu reingezogen. Auch so eine kleine Schwäche von mir. Ich liebe es, Regie-Kommentare zu sehen. Sie hat nämlich die Geschichte auch geschrieben. Und spielt auch die Hauptrolle. Und kleiner Insider noch. Der Freund von ihm ist ihr richtiger Ehemann. Also wenn ihr den Film mal seht, achtet mal drauf. Der Typ mit dem etwas spärlichen Haar, so ein bester Freund, das ist ihr Ehemann in der Realität. So, und geguckt haben wir, das haben wir eben ja auch schon gesagt, weil wir über die Stimmen ja gesprochen haben. Miss Undercover. Auch schon ältere Schätze hier in Sandra Bullock. Bild schön. Mara wollte den Film eine Zeit lang nicht mehr sehen, weil sie eine völlige Abneigung hatte. Sie hatte jetzt nur noch Miss Undercover 2 im Gehirn. Stimmt, aber Miss Undercover 1 ist wirklich super lustig. Naja, bis auf dieses fürchterliche Kostüm, was sie da mal anhat. Welches? Das ist Teil 2. Nein, 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 nein. Wo sie das macht, hier mit diesen Gläsern. Ach so, das finde ich süß. Ganz schrecklich. Aber egal. Egal, jedenfalls, das war super lustig. Und wir mögen ja beide unheimlich gerne Michael Caine. Und Sandra Bullock. Ja. So, dann was haben wir gehört? Ich höre im Moment gerne wieder Lady Gaga. Ich gebe zu, mal wieder. Und ich habe mich ja total verpeilt, auch schon mal erwähnt, aber jetzt die letzten 2 Tage höre ich es eigentlich auf Dauerschleife. Masterpiece von Madonna. Das ist ja ein Lied, wo ich zufälligerweise, kam das mal als Werbung vor einem Video von uns und dann habe ich das so reingehört und habe gedacht, mein Gott, das Lied brauchst du sofort. Habe es mir dann auch besorgt und ich bin total verliebt in dieses Lied. Und ja, deswegen auch der Film über Wallace Simpson, wie am Anfang erwähnt, dieses E.Wi. Ja, das ist halt von dem Soundtrack oder sollte für den Soundtrack sein. So genau weiß ich es jetzt nicht. Und ja. Ja, und bei mir ist es halt so, wir gemühen uns ja fast täglich oder täglich steht es eigentlich auf dem Programm vor die Wii und dann wird ordentlich abgerockt nach Just Dance 3. Aber, ich bin ganz ehrlich, danach habe ich auch keinen Bock mehr auf Musik, weil diese Lieder hat man dann irgendwie noch im Ohr. Sie rufen einen ja auch förmlich zur Wii, quälen einen dahin. Ja, also danach ist mein Musikbedarf also wirklich für den Tag immer gedeckt. Ich höre Musik ja sowieso immer. Eher wenig. Ja, es ist für mich dann auch wirklich, dass ich sage, so ich möchte jetzt Musik hören und dann höre ich die Sachen, die ich gerne hören möchte. Und dann meistens auch nur zwei, drei Lieder. Weil wir sind nicht der Typ, der hier von morgens bis abends irgendwie Dauerbeschallung hat. Das stört uns. Also bei uns ist es immer Ruhe. Also wir haben kein Radio an, wir haben gar nichts an. Also den ganzen Tag lang ist hier totale Stille. Silenzio. Silenzio. So, dann gespielt haben wir Skippo, dieses Kartenspiel wie Uno. Das können auch kleine Kinder super gut spielen. Dabei hören wir Hörbücher. Dann Just Dance 3, wie eben gerade erwähnt. Und Step to the Beat. Das wollte ich eigentlich unbedingt haben, weil ich mir gedacht habe, okay, Kondition, das ist ja alles schön, man kann ein bisschen laufen. Die Beschreibung hörte sich toll an. Man schaltet da so Sachen frei wie Laternen, Blumenkästen, Schilder, Häuser, Autos, weiß der Geier, was also dann am Wegesrand dann entsteht. Und dafür muss man eben ordentlich viele Punkte erlaufen. Das hört sich so an. Ich brauche hier immer eine Moorruhe, die man mir vor die Nase hält, gerade wenn ich Sport machen soll. Und da hatten wir gedacht, das ist super. Hat aber ein paar Nachteile. Erstens, man merkt, dass dieses Spiel nicht unbedingt die riesengroße Supergrafik hat. Das heißt, wenn man, schön ist es, also man hat Tag und Nacht auch bei diesem Spiel. Aber wenn man nachts zum Beispiel eine Straßenlaterne hat, sieht man das nicht unbedingt. Also ob man sie jetzt freigestaltet hat, oder nicht. Und ich komme halt amts zum Spielen hauptsächlich, zum Spielen, zum Laufen halt. Man sieht und es macht Sport so Spaß. Ja, also ich bin nie jemand gewesen, dem Sport Spaß macht. Also es ist wirklich Quillerei. Und es bleibt dunkel. Keine Ahnung. Und was ich eben auch sehr, ja, was wir eben sehr bemängeln, das ist halt die Steuerung. Man hat ja diese wie, ähm, na, Fernbedienungkontrolle halt. Und man kann dann da drauf gehen und sagen, so, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Oder den Weg, oder den Weg. Aber die Steuerung ist so ungenau, dass wir also dann immer stehen bleiben müssen und uns das anklicken, was wir da anklicken wollen. Weil anders kriegt man das eigentlich nicht hin. Kann natürlich an uns liegen, beziehungsweise an unserem Kontrolle. Aber bei anderen Spielen funktioniert ja hundertprozentig nur bei diesem nicht. Und was ein bisschen hinderlich ist, aber es heißt nun mal Step to the Beat. Das haben wir natürlich in unserem Wahn natürlich wieder nicht so gesehen. Ähm, man muss nach dem Takt laufen. So zählt halt die Schritte nicht. Ja. Und ich drehe den Ton runter, weil ich kann Musik ja nur selten ertragen. Mach das also tonmäßig aus. Und dann ist es halt Zufallstreffer, ob ich jetzt im Takt bin oder nicht. Ja. Trotzdem laufe ich da mit einer Stunde und habe dann ungefähr 8000 Schritte oder was. Weil die Idee ist wirklich toll, dass man eben wechselnde Szenarien hat, durch die man durchtrabt und dann bekommt man halt noch kleine Belohnungen. Also positiv an dem Spiel ist halt, dass er sagt, so viele Kalorien hast du verbraucht, so viele Schritte bist du gegangen und halt die Distanz bist du gelaufen. Was ich auch nicht kann, ist auf diesem V-Brett, diesem V-Balance-Board, das zu machen. Ja, da kriegt man also echt Wadenkrämpfe. Also das kann ich keinem empfehlen. Dann lieber den Nanschlag in die Hosentasche stecken und damit laufen. Das geht wesentlich besser. Also nur bedingt zu empfehlen, wir haben das Ding jetzt. Wir benutzen es jetzt. Wir benutzen es jetzt auch, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich jetzt wieder, genau, wenn ich wieder vor der Alternative stehen würde, würde ich glaube ich nicht nochmal zugreifen. So, also und dann haben wir, und jetzt halten wir uns auch kurz, weil ich merke, dass der Vlog wird schon wieder irre lange und das wollten wir jetzt eigentlich vermeiden. Wir probieren im Moment aus diesem Kochbuch einiges aus. Das ist von Attila Hildmann Vegan for Fun. Nein, Vegan for Fit. Vegan for Fun haben wir auch hier gegen, aber Vegan for Fit. So, und die Rezepte sind hammermäßig lecker. Also wir hatten eben erst wieder was gemacht. Ich habe es reingemacht. Zup, 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 zup. Es nennt sich Kürbis-Paprikagemüse mit Kokos-Tofu-Sticks. So. Das Buch ist ganz schön schwer. Es ist sehr, sehr hochwertig. Und so lecker wie das aussieht, ist es auch. Ja, Vorteil ist, wenig Kohlenhydrate, viele frische Zutaten. Es gibt hierzu ja auch eine 30-Tage-Challenge. Die machen wir nicht. Die machen wir nicht. Und wenn das interessiert, sollte sich das mal angucken. Uns geht es ja eigentlich mehr darum, Gewicht zu halten oder vielleicht auch mal ein, zwei Kilo abzuspecken. Kann man damit super. Man wird pappensatt. Also diese Portionen, die für zwei Personen berechnet sind, die sind schon sehr üppig. Wir nehmen uns allerdings die Freiheit und wir ändern die Rezepte auch ab. Also es kommt bei uns nicht so viel Mandelmus an das Essen ran. Da tun es auch nur mal einfach so Mandeln oder es müssen nicht immer getrocknete Tomaten in Öl sein. Da nehmen wir einfach auch mal frische oder so. Die Freiheit nehmen wir uns. Aber es sind wirklich super leckere Rezepte. Wir verlinken euch das unten auch und schaut es euch mal an. Guckt es euch mal an. Also wir wollten auch an Kürbis nicht mehr mehr rangehen, nachdem wir mal eine ekle Kürbissuppe gegessen haben. Das hast du immer nur probiert. Das reicht. Ja, weg damit. Und hier essen wir jetzt Kürbispommes. Heute hatten wir auch wieder Kürbis. Ja, wie eben mit diesen Tofu-Sticks drauf. Aber da musste ich auch sagen, Kürbis ist mir ein bisschen zu süß jetzt, um es dauerhaft zu essen. Ja, weil für Kürbispommes wird das ja richtig anders gewürzt. Dann schmeckt das ganz anders. Schmeckt super geil. Wir haben das jetzt zigmal schon gemacht. Also es schmeckt wie süßere Kartoffeln, so wie er es zubereitet. Und ja, ich bin jetzt, ich muss jetzt erstmal wieder eine Kürbispause haben. Aber wir sind ja auch so, wir überfressen uns dann natürlich damit. Ja, wir hatten jetzt auch, eine Lasagne steht hier drin. Und man nimmt anstatt Nudeln, nimmt man Zucchini. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe so gesagt, naja, das probieren wir zwar aus, aber glauben tue ich da mal nichts von. Das schmeckt garantiert nicht wie Nudeln. Es schmeckt wie Nudeln. Nein, also super lecker. Es ist alles ein bisschen aufwendiger. Es ist auch teurer, ganz klar. Also ich glaube nicht, wenn eine ganze Familie das jetzt machen will und die verdienen durchschnittlich oder vielleicht unter Durchschnitt, dass man das durchziehen kann, so wie er das hier schreibt. Aber letztendlich, wie viele Leute rauchen eine Schachtel Zigaretten? Das sind auch schon 5, 6 Euro. Ein Glas Mandelmus sind 7 Euro. Das muss aber auch jeder für sich entscheiden, worauf er da Bock hat. Mandelmus zum Beispiel lassen wir völlig weg. Wir haben es jetzt noch nicht einmal gebraucht. Wir bauen es dann wirklich mit normalen Mandeln nach und es schmeckt trotzdem mega geil. Also ihr kriegt es sicherlich auch in günstigeren Alternativen hin. Wir können dieses Kochbuch jetzt wirklich empfehlen. Die Challenge ist nicht mein Fall. Aber als reines Kochbuch finde ich es einfach super, weil es total gesunde Küche ist und auch super, super lecker. Und mal ohne diese Kohlenhydrathammer wie weißes Brot, Sojaschnitzel oder sonstiges, Nudeln nicht, Kartoffeln nicht groß. Das ist alles kohlenhydratarm auch. Cholesterin nicht vorhanden. Wer sich gesund ernähren will, der sollte sich dieses Buch mal wirklich genauer ansehen. Also wer sich jetzt ein Sixpack antrainieren möchte und möchte das möglichst schnell und möglichst schmerzfrei, der ist garantiert hier bei Attila Hildmann genau an der richtigen Alternativen. Und einfach mal ausprobieren, weil zum Beispiel Auberginen sind wir keine Fans von. Und der hat Auberginen-Schippchen da drin und da könnte ich mich reinlegen, die sind so lecker. Ja, also einfach mal ausprobieren. Es kommt nicht immer auf die Zutat an. Und es ist auch einfach zu machen. Es ist nicht schwer, das nachzukochen. Das weiß ich nicht, du kochst im Moment. Ja, okay, gut. Und damit wollen wir jetzt den Vlog auch schließen, weil der ist schon wieder viel zu lang geworden. Wir wünschen euch einfach eine schöne Woche und ja. Ja, und wir werden jetzt, es ist ja schon Mitte, Ende September, uns juckt es schon in den Fingern, wir werden jetzt unsere Deko-Artikel plündern und werden alles schon mal für Halloween dekorieren. Denn das ist mir immer so ein Zu-Kurz, wenn das nur so ein, zwei Wochen vorher ist. Und dann will ich Saphir Blau weiterlesen. Okay, und das wäre es. Wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss.